Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich bei dem lieben Pierre. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht aus den Gamescom Vlogs oder aus anderen Videos von mir und man kennt dich auf jeden Fall. Wie ihr bestimmt schon dem Titel entnehmen konntet, sind wir hier heute versammelt um einen neuen Computer zusammenzubauen und zwar der neue Computer vom lieben Pierre. Wer hätte es gedacht? Richtig, wer hätte es gedacht? Also Pierre, dann zeig uns mal, was du dir tolles rausgesucht hast. Als Mainboard haben wir das Asus Maximus X Hero. Das werden wir dann auch noch mal später natürlich sehen. Der Prozessor ist der neue i7 8700K. Natürlich Intel. RAM haben wir meiner Meinung nach den schönsten leuchtenden RAM G-Skill Trident C. Dann habe ich mir noch ein paar Lüfter rausgesucht, die natürlich auch leuchten sollen, nämlich die Corsair LL120 RGBs. Das Schmuckstück im ganzen PC ist natürlich die Grafikkarte. Ich wollte erst die 1080 nehmen, aber war mir dann doch zu teuer, deswegen habe ich mich für die 1070 Ti Strix entschieden. Dann natürlich noch ein Wasserkühlung für den Prozessor, das Corsair H115i. Fast das gleiche, was Tim hat. Das langweiligste, das Netzteil, ein vollmodulares, auch Corsair RM650X. Wahrscheinlich alles in der Beschreibung. Ja, ja, ich kann alles verlinken. Und das größte, natürlich noch extra eingepackt, das Gehäuse, das falsch rumsteht. Das drehen wir mal kurz rum. Vollglas, das Corsair Crystal. Ich weiß ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, vorne die Lüfter müssen wir noch checken, ob die leuchten. Mach das letzte Licht noch aus. Komme her und drücke den Startknopf. Okay, Pierre, bist du ready? First time. PC anschalten. Alter Sheet. Okay, jetzt direkt wieder aus. Jetzt wieder an. Sehr schön. Wasserkühlung läuft. Es kommt Luft oben raus. Die Lüfter hier leuchten. Der RAM leuchtet. Die Ding leuchtet. Die Grafikkarte hier, das Corsair leuchtet. Nice. Alter Sheet. Und es ist gar nicht so laut wie vorhin. Ja, ihr müsst wissen, wir haben nämlich die Lüfter von der Wasserkühlung vorhin mal an den alten PC angeschlossen. Da haben die halt so 100% aufgedreht und waren halt des Todes laut. Etwas laut. Minimal laut. Sick. Amazing. Dann würde ich sagen, darf ich den so ausmachen? Einmal drücken, dann fährt der nochmal runter. Kurz drücken. Weiter runter. Perfekt. Das heißt, dann jetzt noch die HDDs einbauen, Kabelmanagement hinten und dann ist der PC ready, guys. Und jetzt ist der PC wirklich final fertig. Die Glasscheiben sind wieder drauf und Pierre, du darfst zur Feier des Videos den PC erstmal anschalten. Nochmal, dass man es, ja, erst anschalten, dass man es gut sieht und dann natürlich die Folie entfernen. Wir sehen hier nochmal in seiner vollen Pracht. Mit den Lüftern hier vorne gibt es noch ein kleines Problem, da muss Pierre nochmal gucken. Die haben am Anfang funktioniert. Mittlerweile funktioniert der untere gleich der mittlere und der obere muss Pierre nochmal nachgucken. Aber du darfst für das Video noch einmal die schöne Schutzfolie abziehen von den Glasscheiben. Gönnen wir es dir. Oh mein Gott. Amazing. Sick. Sehr, sehr sick. Und oben noch. Nice. Schöner PC, Pierre, muss ich wirklich sagen. Verdammt geiler PC, gefällt mir sehr, sehr gut, Leute. Wenn es euch auch gefallen hat, würde ich sagen, lasst auf jeden Fall dafür einen Daumen nach oben da. Schaut bei Pierre vorbei, ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Bist du zufrieden mit deinem PC? Ja, sobald die Lüfter noch funktieren. Oh, guck mal, ist es an. Oh, der oberen ist auch wieder an. Nice. Ja, sobald die mal richtig funktionieren würden und sich das alles züngt, wie es eigentlich soll, dann wäre es auch schon mal ein bisschen besser. Aber das bin ich schon hoffentlich. Du musst halt noch die richtigen Programme und alles installieren und dann, ja, sehr, sehr schön der PC. Ich wollte gerade so machen, aber da ist ja eine Glasscheibe obendrauf. Von daher, lieber nicht, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Hier geht es zum letzten PC-Video oder beziehungsweise hier eine Playlist mit allen möglichen PC-Videos, die ich schon so gemacht habe. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, haut rein, ciao.